Mein Name ist Nils Hamm. Ich arbeite seit fünf Jahren im Rettungsdienst. Meine Leidenschaft ist mein Beruf, deshalb arbeite ich als Notfallsanitäter. In der Notfallmedizin ist Genauigkeit und schnelles Arbeiten elementar wichtig. Der Rettungsdienst besteht zum einen aus dem Krankentransport, zum anderen aus der Notfallrettung. Gerade in der Notfallrettung ist es wichtig, dass jeder Handgriff sitzt, die Technik stimmt, und das Team gut zusammenarbeitet, um im Ernstfall Sekunden zu sparen. Um die Patienten im Rettungswagen zu jeder Jahreszeit optimal versorgen zu können, spielt das Thermomanagement eine elementare Rolle. Zum einen den Sommer mit sehr hohen Temperaturen. Hier heizen sich unsere Fahrzeuge schnell auf, weshalb eine Klimaanlage für uns wichtig ist. Zum anderen den Winter mit sehr niedrigen kalten Temperaturen. Hier ist es wichtig, dass wir die Fahrerkabine und den Patientenraum entsprechend temperieren, um die perfekte Versorgung für den Patienten zu gewährleisten. Hierfür nutzen wir Standheizung von Ebersbecher.